Hallo und herzlich willkommen zu Britas Talk. Im Dezember habe ich ja meine Haare gespendet. Wir berichteten darüber. Und für die Leute, die den Bericht verpasst haben, hier nochmal ein kurzer Rückblick. Nach dem Bericht gab es einige negative Aussagen. Da dachten wir, wir gehen der ganzen Sache doch nochmal genauer auf den Grund. Und deswegen haben wir bei haarespenden.de angerufen und Max Rieswig, der Perückenmacher, war sofort bereit, uns Rede und Antwort zu stehen. Ja, und so sind wir jetzt hier, vor der Rieswig, zweiter Manufaktur. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein. Und euch nehmen wir mit. Und jetzt habe ich neben mir sitzen Max Rieswig, der Perückenmacher, der uns Rede und Antwort steht, was mit den Haaren passiert, wenn man sie spendet. Hallo Max, schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast und wir jetzt hier sitzen und du uns Rede und Antwort stehst. Sehr gerne. Max, jetzt ganz am Anfang, was war denn deine Mutti oder eure Motivation, das Haarespenden.de aufzurufen? Also es ist so, dass wir als Perückenmacher den Werkstoff Haar dringend benötigen. Und da macht es Sinn, Friseure aufmerksam zu machen, mit dem abgeschnittenen Haar noch was Sinnvolles zu machen, sodass wir zum einen Kundinnen den Wunsch einer Perücke erfüllen können und zum anderen aus den Haaren den Wert noch wohltätigen Organisationen spenden können. Und wenn du sagst, dass es ja auch Organisationen gibt, welche nehmt ihr denn in Anspruch oder zu welchen Organisationen wendet ihr euch denn? Also wir unterstützen jede Organisation, die der Haarspende unterstützen möchte mit seinem Zopf, sind aber offizieller Partner der Deutschen Krebshilfe, sind Partner der Stiftung It's for Kids. Wir arbeiten mit Humor hilft heilen zusammen, mit Flugkraft, mit ganz vielen Organisationen, die dann noch mit dem Wert der Zöpfe auch noch was Tolles machen können. Und wie seid ihr zu diesen Organisationen gekommen? Eigentlich wollten wir nur dem Haarspender eine Entscheidungshilfe geben und haben ein paar Beispiele genannt von Organisationen, die was Tolles machen. Die Deutsche Krebshilfe ist einfach eine sehr bekannte Stiftung, eine sehr breit gefächerte Stiftung. It's for Kids ist eine Kinderschutzstiftung, die macht sehr viel in Sachen Kinderschutz, heißt Gewalt gegen Kinder, verstörte Kinder, die schon was erlebt haben, die unterstützen da viele kleinere Organisationen. Das ist eine Herzensstiftung, aber da sind wir auch ganz frei. Also Tierschutz, jegliche Art der Organisation unterstützen wir. Wie funktioniert der Ablauf, wenn jetzt die Haare hierher kommen und dann zur Perücke geknüpft werden? Ja, also der erste Schritt ist, das Haar kommt an. Wir gucken uns jeden einzelnen Zopf an, bewerten diesen nach Länge, nach Farbe, nach Struktur, nach Qualität. Bearbeiten dann diesen Zopf, sodass wir den direkt weiter zu einer Perücke knüpfen können. Wie finanziert sich denn die Organisation des Haarespenden.de? Also die Frage müssen wir unbedingt noch klären. Aber bevor du die beantwortest, haben wir einen Film für euch, was wirklich im Hintergrund passiert. Genau, ich packe erstmal immer den Umschlag aus, gucke was drin ist, bewerte dann die Haare, je nachdem Farbe, Länge, Struktur. Ist das gesund? Wurde das gefärbt? Ist das Gedauerwelt? Und bestimmen dann den Wert, den wir spenden können. Ja, also hier geht es jetzt darum, die kurzen Haare, die wir nicht gebrauchen können, rauszunehmen. Das machen wir mit der sogenannten Hechel und kämmen quasi den Zopf, den wir nachher verknüpfen wollen, durch diese Hechel. Und da bleiben die kurzen Haare, die wir nicht verarbeiten können, bleiben da hängen. Und den anderen Zopf können wir direkt gebrauchen. Also hier knüpfen wir jetzt. Beim Knüpfen geht es darum, das Haar in die Montur zu verknoten. Und das macht man mit einem doppelten Knoten. Man nimmt das Haar in eine Schlaufe, zieht das Haar durch die Montur, macht einen Knoten, zieht den stramm und macht einen zweiten Knoten, den man stramm zieht. Und dann ist das Haar fest in der Montur verankert. Wow, das sieht ja ganz schön aufwendig aus. Ich meine, ich weiß, wir hatten ja die Frage der Finanzierung. Aber wenn ich das zu dem Beitrag sehe, das sieht ja echt ganz schön aufwendig aus. Wie lange dauert es denn, wenn jetzt ihr die Haare bekommt, bis zur Knüpfung der Perücke? Also von der Haarspende zur fertigen Perücke dauert das bestimmt 200 bis 250 Stunden. Wow, das sieht echt ganz schön aufwendig. Gerade dieses Knüpfen der Perücke, das hätte ich mir gar nicht so vorgestellt. Jetzt sag mal, wenn wir jetzt die Haare spenden wollen, was für eine Voraussetzung braucht man denn dafür als Spender? Also das Haar sollte schon eine Länge ab 25 Zentimeter haben, damit man es überhaupt zu einer Perücke verarbeiten kann. Je gesünder das Haar ist, je weniger chemische Prozesse das Haar durchlebt hat, desto besser ist es natürlich für unsere Perücken. Weil je gesünder das Haar ist, desto mehr können wir noch damit machen, desto mehr Wert hat auch dieses Haar. Das heißt, die Haare, die werden gar nicht gebleicht und nochmal neu gefärbt, was ich ja mal gehört habe, sondern sie werden wirklich so verwendet, wie sie gekommen sind. Genau, im besten Fall verarbeiten wir das Haar so, wie es vom Kopf geschnitten wurde. Weil dann ist es am gesündesten, wenn wir es jetzt bleichen oder chemisch behandeln würden, wäre die Struktur des Haares beansprucht und dementsprechend nicht mehr ganz so gesund auf der Perücke. Und ich meine, wir haben ja gesehen, es sind ja wirklich einige Haare, die ihr da in dem Lager habt. Wie viele Haare bekommt ihr denn pro Tag? Das ist natürlich immer unterschiedlich, aber an Spitzentagen sind es dann schon 100, 150, 200 einzelne Spenden pro Tag. Wow, ganz schön viele. Und wie viel braucht ihr, um so eine Perücke zu knüpfen? Pro Perücke, das hängt natürlich damit zusammen, wie dick ist der einzelne Zopf, brauchen wir schon drei bis fünf einzelne Haarspenden für eine Perücke. Okay, und ihr knüpft die dann auch teilweise zusammen? Genau, wir mischen die einzelnen Zöpfe dann ineinander, dass es eine homogene Masse, eine homogene Haarmasse ergibt und dann verknüpfen wir das in die Perücke. Und ich meine, ihr macht das ja auch wie haarespenden.de für Bedürftige. Was sind denn da jetzt so die Voraussetzungen als Bedürftiger, um so eine Perücke zu bekommen? Also wir als Manufaktur, als zweiter Spezialist, haben uns auf den medizinischen Haarsatz spezialisiert. Das heißt, unsere Kundschaft ist immer aufgrund von einer medizinischen Situation bei uns. In den meisten Fällen aufgrund von einer Krebserkrankung oder Alopecia areata, das ist der kreisrunde Haarausfall, Verätzung, Verbrennung, Schädeloperation. Das sind so die Gründe, warum die Kunden zu uns kommen. Und wenn ein Arzt attestiert, dass da aufgrund einer medizinischen Situation zweiter erforderlich ist, dann kommt auch der Kunde, der Patient zu uns und bekommt dann auch eine Perücke ausgespendeten Haaren. Das heißt, es läuft dann über den Arzt oder kommt der Bedürftige quasi dann zu euch? Da die Krankenkassen einen Teil dazu zahlen zu der Perücke, kommt der zu uns, bringt aber vom Arzt das Rezept mit. Okay. Und wie ist das jetzt bei den Kindern? Gibt es da jetzt auch oder wie sucht ihr die aus oder läuft das dann genauso? Also alle Kinder, die eine Perücke benötigen, bekommen eine Perücke von uns zuzahlungsfrei. Das heißt, sie bekommen aus den gespendeten Haaren, von uns gebaut, eine Perücke zuzahlungsfrei. Also die Krankenkasse zahlt einen Teil dazu. Je nach Krankenkasse ist dieser Anteil aber unterschiedlich. Und das sind auch die einzigen Kosten, die getragen werden. Also die Familien, die Kinder müssen nicht zusätzlich zum Krankenkassenanteil noch was bezahlen. Das heißt, sie kriegen das dann quasi frei, also zahlen eigentlich nur Krankenkassenbeitrag wie alle anderen auch und dann kriegen sie einfach die Perücken. Genau. Und wie teuer ist eigentlich so eine Perücke? Ich meine, wie gesagt, wir haben das ja gesehen, es ist ja schon wirklich eine Heidenarbeit, die herzustellen. Also man unterscheidet zwischen Kunst- und Echthaarperücken. Manchmal ist eine Kunsthaarperücke auch der, ich sage mal, der beste. Die beste Perücke für den bestimmten Fall, die fangen bei 250 Euro an und sind bis zu 950 Euro. Und die Echthaarperücken fangen bei 1500 Euro an, bis je nach Haarlänge, je nach Verarbeitung, 4500 Euro. Wow. Und wie funktioniert das dann? Also die kommen dann hierher, geben das Attest ab und sagen, sie hätten gerne eine Perücke. Und wie läuft das dann ab? Für uns eigentlich das Wichtigste, dass wir den Kopf abmessen. Wie groß ist der Kopf der Kundin oder des Trägers hinterher? Wir gucken zusammen uns die gespendeten Haare an und entscheiden gemeinsam, welche Haare werden deine neuen Haare überhaupt. Und dann, wir messen den Kopf ab mit einer sogenannten Mustermontur. Das sind quasi die Unterbauten der Perücke in unterschiedlichen Größen. Wenn wir da die passende gefunden haben, knüpfen wir die Haare, die wir ausgesucht haben, auf diese Montur und dann ist die Perücke quasi fertig. Also ich bin echt beeindruckt. Und wir hatten es ja am Anfang jetzt schon wegen der Finanzierung. Wie finanziert sich das denn dann für euch oder rentiert sich das für euch? Also es ist ja so, dass wir die Haare nicht kaufen müssen in dem Sinne, sondern den Wert der Haare, der einzelnen Haare, die wir bewertet haben, kommen wohltätigen Organisationen zugute. Kinder kriegen die Perücke umsonst. Das ist aber aufgrund einer Zusammenarbeit mit der Stiftung It's for Kids, dass wir diese Aktion überhaupt machen können. Genau. Und da die Krankenkasse immer einen Teil dieser Perücken zahlen, können wir überhaupt die Haarspendenaktion weiter fortführen. Wo kann man sich denn jetzt nochmal hinwenden, wenn man die Haare spenden möchte? Genau. Auf unserer Website haare-spenden.de. Da sind alle Infos, wie man spenden kann, warum man spenden sollte und auch, wo man spenden kann. Da sind viele Partnersalons aufgelistet. Und da kann man einfach gucken, wer ist der nächste Salon hingehen, Haare schneiden und dann schickt entweder der Friseur die Haare zu uns oder man macht das selbst. Ich würde auch sagen, Leute, ihr wisst jetzt, was passiert mit den Haaren. Sie kommen wirklich an, wo es gebraucht wird. Und ich würde sagen, spendet eure Haare. Vielen herzlichen Dank für deine Rede und Antwort stehen und für deine Zeit, die wir hier verbracht haben. Sehr gerne. Das war Britta's Talk. Ja, hallo. Das war es auch schon mit unserem Beitrag. Ich hoffe, er hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und wenn ihr informiert bleiben wollt, wisst ihr ja. Einfach nur liken und abonnieren. Und ganz wichtig, oben die Glocke drücken. Und schon seid ihr wieder dabei, wenn es heißt. Herzlich willkommen zu Britta's Talk. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, euch wiederzusehen. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Ich glaube, wir sehen, wie zum nächsten Mal aus.